Willkommen zurück. Mal wieder eine Runde Fortnite. Ja, einfach direkt ins Solo reingehen. Mal schauen, was uns erwartet. Schluck Kaffee gönnen. Ja, da wollen wir doch einfach mal sehen, wie weit wir kommen heute. Ob wir den epischen holen, ob wir zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster werden. Also ich möchte auf jeden Fall unter die Top 10, also unter dem zehnten Platz sein. So. Und ich treffe einfach mal nichts. Geil. Ja, wo lande ich? Ich lande dort. Das muss ich noch aufdecken. Was ist jetzt dort? Alle springen sie raus. Ach ne, ich muss hinter den Berg? Ernsthaft? Gibt es da irgendwas? Boah, hoffentlich. Ja, wir lassen uns überraschen. So. Äh, dort ist ja irgendwie, äh, lol. Ich war oben auf dem Berg, aber da unten war ich noch nicht. Interessant. Ihr habt da landen auf jeden Fall welche. Ach, komm schon, ja. Äh, ich brauche noch ein bisschen was. Das, das reicht alles hinten und vorne nicht. Alter, wo muss ich denn hin? Oh Gott, ob ich das noch hinkriege? Äh, ich muss da landen. Ich weiß zwar, dass hier welche gelandet sind, aber ich weiß nicht, ob das Bots waren oder Spieler. Wenn ich Spieler waren, bin ich auch ein Popöchen. Leider Gottes. Aber vielleicht habe ich auch Glück. Bis jetzt habe ich echt noch Schreien. Gut, da gab's nix. Gut, da gab's nix. Die haben wir schon in blau. Die haben wir schon in blau. Granaten nehme ich sowieso immer mit. Äh, ne. Oh, die nehme ich auch dankend an. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes. Ein bisschen Munition. Aber sonst auch eher nicht. Hier, komm, gib mal her. Trink. 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 Alter, da unten war noch irgendwas. Gut, die haben wir schon. Gut, sortieren. Da hin, da hin, genau. Hui. Wow. Irgendwie fahr ich so in die falsche Richtung. Hahaha. Ui. Ganz schnell. Und da ist abgebaut. Komm ich jetzt hier runter? Nee, shit. Oh. Oh. Ja gut, die helft an Leben erst mal ingesauert. Aber ich wär nicht eig, wenn ich, ja, nicht so spielen würde. Ja. So, ganz kurz ein bisschen geheilt hier. So, ganz kurz ein bisschen geheilt hier. Okay, da unten ist einer. Okay, da unten ist einer. Den können wir uns jetzt. Ja. Gehtar. Oder unten ist er. Also, da hinten ist gebaut worden. Da im Wasser ist er Ja Headshot Das nenne ich mal Wow Ah da oben baut jemand Ja ich höre sie schon Ich höre sie schon Genau so Äh die hier wollen wir noch haben Und das da Vier KC hintereinander weg Also ich kann mich nicht beschweren Komm nachladen Ich muss halt unbedingt mal irgendwo hin wo ich mich heilen kann Das Leben noch 22 mal schauen Vielleicht kriegt man es heute wirklich hin Also das wäre wirklich dann geil Äh die RPG habe ich nicht mitgenommen ist vielleicht auch gut so Die behindert meist nur Ach ne ne stopp Brauche ich doch nicht wenn ich hier unterwegs bin Binidoof ich hab dich gehört Ich weiß dass du hinter mir warst Sollten wir vielleicht doch mal eine mitnehmen Sicher ist sicher Aber wo war der die das Ach Gott In die Richtung muss ich Okay Das heißt da wird wohl der nächste auf uns warten Nein da ist nicht gebaut worden Entweder ich guck grad harte Ja Scheiße Aber ist da Was will man mehr Und vier Kills Ja Das war's dann wieder Ähm Ja ich verbessere mich immer mehr Und bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017